So, warte mal. Müssen wir jetzt? Mist. Oh nein. Ähm... Oh man, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja, Mann. Okay, also ich muss... Ähm... Die vier muss ich beleuchten. So, die beiden. Okay, dann machen wir mal. Okay, dann machen wir mal. Okay. 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 Das ist so nett. Ach nee, das ist ein Tauch an, ist doch, ne? Hier, Puppets, take your stupid toy, it's worthless now, the bonds are weakening, soon I'll be free, say farewell to Roberts, he's mine now. God. No, no, it's impossible! Ah, excuse me. You've saved me again. For better or worse. This is definitely worse, and I'm pretty sure I owe you a proper thank you. We've got to get out of here now, this place is falling apart. Prepare the boat. We'll take the survivors with us and meet at the Albion Marina. Objective! I'm against. Make that boat finish. No, no, no. No, 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 no. And that boat? Oh, damn. Hold on. Achso, das war hier, dann wieder hoch und dann, na klar. Pumpe erst starten, wenn der Schlauch angeschlossen ist, die Batterie sieht kaputt aus, ist zu kurz. Das ist nicht genug. Natürlich habe ich kein einziges Item mehr. Was will ich denn zuerst haben? Wasserwage? Ja. Meter. Sauerstoffmaske. Leere Violen. Leere Viole. Nabelballen. Maßbandweise immer noch nicht. Weifelhelm. Damit kann ich auch was drauf sägen. Achtung. So. Ah, die Sachen müssen hier rein. Ich verstehe. So. Maßband, Schirm, Stift. Er schreckt das Maßband. Ja. 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 Pfeife oder Stift, dann ist das immer eine Pfeife. Schirm. Schirm? Meinen die jetzt wirklich so ein Regenschirm oder meinen die irgendwie was, was komisches? Das Umbrella ist ein Regenschirm. Schirm. Ach doch, ja. Leere Violen. Leere Violen. Säure. Oh. Oh. Zombies. Znale komisch. Es scheint, dass die Kürze des Legates broken ist. Diese Residenz sind ordentliche Menschen, wieder einmal. Aber sie können nicht die Erinnerung des Erinnerungen von einem Dämen. Ich kann nicht vorstellen, wie schrecklich das fühlt. Sie brauchen ein paar Zeit, um die Stück auszuhalten und alles zusammenzuhalten. Wo sind wir sie? Zu der Übung, für ein Start. Es ist so schön. Oh, ich bin so glücklich, dass es jetzt alles vorbei ist. So, das haben wir durchgespielt. Ich bin mal gespannt, wie viele Achievements mir jetzt fehlen. Ich habe jetzt ein Achievement für Credits durchlaufen lassen. Graue Eminenz. Was? Graue Eminenz? Was? Ach so, jetzt einfach von vorne. Diese Typen. So, gucken wir mal. Hier in Steam. Was sagen die da? Zeig mal die Errungenschaften bitte. Was fehlt mir denn? Domino-Geschichten. Wer hätte dein Kind aus dem Krankenhaus? Zusatz, alle Leistungen und Freispiele. Oh, dann gucken wir mal ein extra. Spielebonusinhalt. Los. Ich sage dir, Gregg. Die Leggates waren, um die Menschen zu schützen, und sie zu irgendwoher. Alles, was die Leggates haben für sie, kann es nicht gut sein. Die Menschen brauchen unsere Hilfe. Ich verstehe, lieber. Aber was kann ich machen? Ich weiß nicht. Aber ich bin sicher, dass ich etwas herausfinden kann, wenn ich nur auf sie ein paar Mal schiebe. Nein, aus der Frage. Wir haben jetzt noch mehr. Wir können nicht diese Menschen abhören. Was ist unsere Frau? Sie Sicherheit? Wenn wir jetzt nicht machen, dann wird sie nie sicher sein. Ich habe fast alle von den Leggates in meiner Diary. Schau, ich zeige dir. Wenn ich zurückkommt. Okay, bleiben hier, Laura. Du kannst mir zeigen, wenn ich zurückkommt. Eden. The Experimental City, founded on Enlightenment and Freedom. Is now a depraved police state ruled by the Leggates. Die Mitglieder, die unsere Nachrichten, unsere Nachrichten, Freunde und Brüder waren, wurden in der Gefahr durch eine dunkle und ungewöhnliche Kraft. Die Menschen, die nach Eden für Freiheit sind, jetzt entschlägt. Die Menschen, die für Hoffnung und Humanität haben, haben nichts, als Drei und Krügel gefunden. Nein, es gab es nicht so, die Leggates zu retten. Die Fülle sind genug zu versuchen. Sie wurden von ihren Häusern genommen. Die einzige Prüfung, dass sie überhaupt existierten, ist das schreckliche Leggates-Symbol, auf der Tür der Häusern als eine Warnung zu anderen. Laura! Oh nein! Sie haben sie genommen! Warum hast du nicht zu mir gehört, Frau? Wie werde ich dich jetzt finden? Seine Diary! Sie war alles aufregend. Ich muss es finden. Unser erstes Jahr in Eden. Auf mein neues, besseres Leben. Weißt du, du bist in der Tasche, weil der Heißverschluss klemmt. Baseballschläger. Oh! Ohne Kleber geht es nicht. Das ist wunderschön... Diese Fülle klingt wie es kommt aus Loras Knapp. Aber wie kam es ab da? Loras Knapp! Die benutzt sie, um ihren Diary zu bücken. Geht nur mit Gewalt. Oho! Da und mir zwei. Scherben sehen scharf aus, nicht den bloßen Enten anfassen. Superkleber. Schiff. 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 Das ist ein Taschentuch, ja, eine Puppe, sie hat keine Augen, Sockenpuppen zählen auch, ja, jetzt noch ein Ball, wo ist er, hier, ja, Bewege die Monde entlang des Weges, bis die richtige Reihenfolge basierend auf den Mondphasen entsteht. Das ist halt doof, irgendwie. Ne, ich komme da so nicht, nicht richtig dran, ne. Hier wird es falsch, zum Beispiel. Ja, ich komme da so nicht, ich komme da so nicht, ich komme da so nicht. So, ne, bin ich hundertprozentig sicher hier. Nein, geh weg, du Tipp. So, mal überlegen. Der muss hier hin, das ist ja. Ja, der muss hier oben hin. Du gibst hier oben hin. ich habe jetzt die richtige reihenfolge ich habe jetzt die 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 Oh, die geht einfach ins Krankenhaus. Die Winde funktioniert nicht ohne Kurbel und Zahnräder. Achso, das ist verlastet. So, haben wir jetzt hier eine Bläse. Windbrille. Windbrille. Räume. Melle. Zahn. Spatel. Ja, der Pinsel stimmt. So, endlich. Hammer. Wollen wir noch einen nassen Lappen? Das ist aber keine Zange, was eigentlich hier so ist. Doch, jetzt ist es eine Zange. Ein Apfelbutzen. Das ist eine Zange. 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 Je MINIST. Achso, vielleicht dann doch so? Nee. Hey, you, come over here, we need your help. Sorry, I can't leave my post. What's the worst that can happen? It would be crazy enough to break into a hospital full of laggates. Yeah, I guess you're right. I'll be there in a minute. Sewer blueprint. Maybe I can use the sewers to get inside the building. Der Teddy funktioniert nicht, schade. Okay, hier haben wir unsere Hände. Wir haben keinen Respekt. Ah, ja. Ich ziehre die Schrauben auf dem Bolzen, um eine perfekte Verbindung des Windmechanismus zu halten. Okay. Ich ziehre die Schrauben nachher. Oh, ganz knapp. Schade, schade, schade. Oh, was könnte denn da dran passen? Das hier? Ich ziehre die Schrauben nachher. Mhm. Ja. Das ist so weit. ich werde gar nicht irgendwo dran machen na gut hey weg mit deinen tipps ich werde gar nicht irgendwo dran machen ich werde gar nicht mehr